So, liebe Freunde, Köstermatze wieder, herzlich wieder beruhigt, es war gestern wirklich ein Scheißtag sozusagen. Okay, was machen wir jetzt? Und zwar fliegen wir nach Fort Narit, um The More, The Neuer zu machen, Lost Lover und, wenn es passt, Schätzen Marks. Das sind so die drei Quests, die ich machen möchte. Fangen wir erstmal an mit Lost Lover. Dafür fliegen wir zu Delta 2 und bewegen uns dann in diesen Quadranten. So, der Plan. So. Der Boy hatte mich noch auf den letzten Drücker gefragt, wo es hingeht. Ich sage Fort Narit. Ähm, nur so kurzfristig mit aufgesprungen. Weiß nicht, wo er hin muss. Ich hoffe, das passt so für ihn. So, wir müssen da hinten aus irgendeiner Hütte ein Dokument besorgen. Ähm, Lost Lover splittet sich in zwei Subtasks sozusagen. Einmal das Dokument holen und dann, wenn wir das Dokument haben, müssen wir nochmal in Fort Narit selbst rein. Da müssen wir auch noch irgendwas abholen. Ich weiß gar nicht mehr, was es war. Irgendein Dagebuch oder sowas. Wir werden es sicher sehen, wenn wir da sind. Mist, jetzt bin ich ja in so ein Ding reingerannt. Da geht es gar nicht mehr raus. Oh, hoffentlich läuft es heute mal ein bisschen besser. Mensch, gestern war ja schon die Hölle. Äh, vorgestern auch. Aber wenigstens haben wir toi toi toi. Nicht zu früh schreien, aber wir haben einen relativ guten Surferansch. Es ruckelt nichts. 強度 sind oder depwang, was wir zu? Peck dich von ins den anderen WORK shadows? schreien, bis der pulling auch! Wir kommen gleich über eure Aufmerksamkeit ins Wasser. Wach ninja, wenn es nicht nur richtig ins Wasser singing wie Hasan gibt, wenn es schon passiert. Super topped, dass wir nicht beide añosbote ausmessen, Clinic hat jemanden gesehen. Da wird alles behebbar. Ich glaube, das ist die Hülle, oder? Ich glaube schon. Ich glaube, das ist die Hülle, oder? Ich glaube, das ist die Hülle, oder? Ich glaube, das ist die Hülle, oder? Und hier liegt es auch schon. Haben wir es gelesen? Haben wir es eingesteckt? Nee, wir haben nur gelesen. Gut, dann können wir uns erstmal hier ein bisschen den Wands vorschlagen. Da muss ich nochmal lesen. Ach ja, nehmen wir mal mit. Ja, schön, auf dem Scheißhaus essen und trinken. So, was sagt's? Was sagt's? Find out what happened after. Azavin Xiong was conscripted and taken to fourth night barracks. Okay, das war, glaube ich, wenn ich mich recht ansinne, hier hinten irgendwo. Laufen wir aber großzügig drum rum, schleichen uns da hinten rein. Und das Gute ist nämlich, dass The Moor und The Merrier hier gleich daneben ist. Angeblich. Wir werden es sehen. Lassen wir sehen. Okay, wir gehen dann hier lang. Noch ein bisschen um das Haus hier drum rum. So. 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 das war so aus als wolle er sterben lass ihn und Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ach Gott, leck mich doch am Arsch. Ich hab die Faxen so dermaßen dicker. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Ich weiß gar nicht mehr, was ich noch sagen soll. Ich weiß nicht mehr, was ich sagen soll. Ich hab einfach die Schnauze voll. Ich hab einfach die Faxen dicker. Ich schieß ihn in den Schädel. Es passiert einfach nichts. Es passiert einfach nichts. Komm, rech dich nicht auf, Alter. Rech dich nicht auf. Was ist das Trackscan? Ich meine, ich spiel's gerne, aber langsam geht's mir richtig, richtig auf den Sack. Du dämliche Scheiße, Alter. Man kann's nicht anders sagen, Alter. Kriegen die hier noch irgendwas geschissen hier? So, da ist er wieder. Hier, ich meine, ist sowas Müll. Man zweifelt doch dann schon an sich selbst. Ob man überhaupt noch mal schießen soll oder nicht. Ich komm hier runter, ohne mir den Arsch zu brechen. Ich komm hier runter, ohne mir den Arsch zu brechen. Was? Nee. Nein. Nein. Scheiße. Oh, nee. Ach, Mann. Jetzt komme ich ja nicht mehr hoch. So, langsam in die Hocker. Ey, ich verrecke doch hier, wenn ich aufschlage. Alter, ich muss zu dem Baum. Das ist doch dumm, Alter. Nein. Ja, gebrochen. Ich habe keine... Ach, Mann, meine Splinde liegen doch... Halt doch die Schnauze, Alter. Halt doch die Faxen, weil dicke hier sind. Meine Splinde liegen natürlich in meiner Laiche, aber eine Splinde habe ich jetzt nicht getracht. Ich glaube, es ist schon super. Stadtver inhabitants, das ist so sehr gut. Ich empfия mich jetzt auf den Baum. Ich glaube nicht, dass ich da hinten reinkomme. Wir müssen also vornherein eine Ballona schießen. So, wo liegt jetzt hier mein Katarmer? Ich glaube, da steht einer. Also, ich gucke dir das an. Ich knie hier. Sensationell. Er hat sich die Beine gebrochen und verbindet sich die Arme. So, ich gucke dir das an. 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 Man traut sich gar nicht mehr zu schießen. Alter, mach ihn ernst. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Alles fit! ZDF, 2020 Untertitelung des 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 ZDF, 2020 Ich kämpfe wie ein Mann, das musst du Arschloch sagen. Und du schickst dir tausend Leute vor und bleibst in deiner Basis stecken, du Heslon. Diese Granaten fliegen, Alter. Stehen schon hinter der Wand, die Arschgalgen. Wo ist der Wechsel? Was 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 ist der Wechsel? Schade, keine Granaten mehr. Ich muss langsam mal irgendwie zur Potte kommen, sonst bohren die auch noch wieder nach. Was ist der Wechsel? Was ist der Wechsel? Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020